Shaw hatte sich im Raum umgeschaut und dabei vornehmlich auf die Fotos der beiden Söhne der Jungs geachtet. Eric sah gut aus, mit buschigem braunem Haar und unbeschwertem Lächeln. Aus den Medien kannte Shaw auch schon zwei Bilder von Adam Harper. Es waren zwar keine Polizeifotos, doch der junge Mann blickte jeweils argwöhnisch in die Kamera. Er trug kurzes, blondes Haar mit blauen Strähnchen und wirkte ausgemärgelt. Ich werde der Sache nachgehen und versuchen, ihren Sohn zu finden. Oh, gern, bitte, sagte Larry. Sie sind ganz anders als dieser, dieser grobe Kerl. Den konnte ich nicht ausstehen, murmelte Emma. Dalton Crawl? Ja, ja, so hieß er. Ich habe zu ihm gesagt, er solle verschwinden. Ich würde ihm keine Belohnung zahlen. Er hat gelacht und erwidert, die könne ich mir sonst wohin stecken. Er sei sowieso hinter dem großen Betrag her. Sie wissen schon, den 50.000, die das County ausgesetzt hat. Wann war er hier? Vorgestern, Sean notierte sich. Dalton Crawl sucht Anbieter auf. 9. Juni. Lassen Sie mich Ihnen erläutern, wie ich vorgehe. Es wird Sie nichts kosten, solange ich Eric nicht gefunden habe. Ich berechne auch keine Spesen. Falls ich ihn ausfindig mache, schulden Sie mir die besagten 900 Dollar. Es sind inzwischen 1060 Dollar, verkündete Larry stolz. Einer meiner Cousins hat sich beteiligt. Ich wünschte, es wäre mehr, aber ich weiß, ich weiß, Sie möchten, dass ich Eric zu Ihnen heimbringe, aber das ist nicht meine Aufgabe. Mein Geschäft sind Informationen, nicht jedermann Festnahmen. Falls es mir gelingt, Eric aufzuspüren, werde ich die Polizei nicht davon in Kenntnis setzen, solange nicht sichergestellt ist, dass weder ihm noch einer anderen Person Gefahr droht. Sie werden einen Anwalt benötigen. Kennen Sie einen? Die beiden sahen sich ein weiteres Mal an. Uns hat mal jemand bei einem Vertrag beraten, sagte Larry. Nein, Sie brauchen einen Strafverteidiger. Ich besorge Ihnen ein paar Namen. Wir haben nicht das … Oder wir könnten vielleicht einen Kredit auf unser Haus aufnehmen. Das werden Sie wohl müssen. Eric braucht einen fähigen Rechtsbeistand. Shaw überflog seine Notizen. Seine Handschrift war sehr klein und wegen ihrer Ebenmäßigkeit sogar mal als graziös bezeichnet worden. Das Notizbuch war unliniert. Shaw hatte das nicht nötig. Jede Zeile verlief perfekt, war gerecht. Während der nächsten 20 Minuten stellte Shaw weitere Fragen und das Ehepaar antwortete ihm. Im Verlauf der Unterredung gewann er den Eindruck, dass der unerschütterliche Glaube an die Unschuld ihres Sohnes nicht gespielt war. Die beiden konnten einfach nicht akzeptieren, dass der Sohn, den sie kannten, zu einem solchen Verbrechen fähig sein würde. Schon der bloße Gedanke erschien ihnen absurd. Adam Harper musste der einzige Täter sein. Als Shaw der Ansicht war, vorläufig genug erfahren zu haben, steckte er Stift und Notizbuch ein, stand auf und verabschiedete sich.